So, schau ja. Nächste Option, kommt es rein. Jetzt eine Rechts-Wing-Skombinationen-Puff. Weil du hast so langsam, ist das auch verarmt. Jetzt gehst du runter. Und dann gehen wir weiter zum Boden. Aber einmal schnell. Geh direkt oben. Man hat ihn hier. Schremmt seine Arme hier ein. Und bin direkt oben drauf. Nimm also den Schwung mit. Und dann kann ich von hier arbeiten. Und hier klemm ich ein. Damit die Hand schon mal fixiert ist. Für einen Augeblick. Und dann kann ich sehr gut von hier oben anfangen zu schlagen. Dreht er sich jetzt zurück. Und der ist skeptisch. Guck mal. Jetzt geh ich hier rum. Jetzt geh ich hier rum. Und hol ihn mir zurück. Und bin hier und kenne mir. Ja. Ja. Ja.